hallo leute hier ist wieder euer duplex willkommen zurück an diesem gesegneten sonntag abend spielen wir eine gediegene runde fassmophobie ist das zu fassen ich habe ich habe meine meine stream infos noch nicht geändert offiziell spielen wir noch rainbow six höre ich dich gerade wirklich ingame weil es klingt total gut so schön das überrascht mich gerade klingt wie im teamspeak twitch so muss ich die infos noch anpassen stream manager stream info na komm schon das steht noch im mongas ok titel ist fass mo geilo schreibe ich jetzt einfach so ein geist so so kommt das intro wieder was ist da los ja zum glück habe ich hier ein geist ja so dann mache ich mir kurz die streaming dashboard auf meinem handy an leute dann kann es auch schon direkt los geht amst wer ist denn amst der folgt mir ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich habe es geschafft ich brauche den ball jetzt brauche ich den ball nein ich brauche den ball wo ist der ball so wo ist der ball hast du den etwa versteckt du hast mein ich wollte eigentlich mal testen ob man alles hört mein turm kaputt gemacht jetzt hab ich doppelt ingos schrei ok funktioniert ich wollte nur gucken ob es funktioniert hat funktioniert ist halt merkwürdig weil alle alle klingen so furchtbar und meine stimme ist so klar klar eine wunderschöne sirenen stimme ich vergesse immer dass man rennt weil man nicht rennt so man geht so alle sind bereit jetzt ich hoffe jetzt kackt es nicht ab set hat blue 74 gestern ein paar mal passiert roger 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 blue blue grey grey geht euer mikro schon euer dings meine ich der global chat ladebildschirm check check one two oder kam ein stück gewürstchen mit hey hey test test hey 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 ist indianer oder was jetzt habe ich mich beim frank sogar gehört und ist eigentlich ein bisschen mit einem nicht jetzt hängt es wieder Aber es fängt sich ja hoffentlich gleich Hallo? 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 Ja, also es lädt schon lange, ne? Muss man schon mal sagen Es lädt so lange, so lange, so lange Es lädt so lange, so lange es lädt Nein! Nicht abstürzen, bitte Ach, komm schon Komm schon! Come on So lang kann es nicht laden Äh, lädt es bei euch noch? Oder seid ihr schon drin? Mikrofon muted, mikrofon activated Hallo? Achso, ja, sind ja alle stumm Ähm... Und weg! So, probiere ich es gerade nochmal Neues Spiel, neues Glück Ich glaube ich würde mir das dann auch auf die SSD schieben So, wie war denn der Code nochmal? 2, 7, 8, 9, 6, 2 Ja, das Spiel ist geschlossen Dann sag ich mal kurz den Jungs Bescheid Und dann sag ich mal kurz zum Beispiel Und dann sag ich mal kurz bitte schade naja dann wird es ja vielleicht vielleicht gleich etwas user join your channel hallo hallo mikrofon aktiviert code ist 091 819 hallo mach 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 091 819 091 nein du solltest es schreiben in tss 091 819 das hat der frank auch oft gemacht weil er nicht zugehört hat 091 819 so wie wäre es wenn wir einfach nur unsere mikros im tss stumm schalten und nicht den sound wenn wir alle die mikros stumm schalten hören wir uns ja nicht und dann kann halt einer wenn ein problem hat es an machen und dann hören dass die anderen ja ok gut mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert mikrofon aktiviert fügen was das ist mit frank ich hoffe er sieht das jetzt hört ihr mich jetzt in game ich höre ich nämlich nicht da ist doch der frank da ist doch der frank hallo also nur mikrofon ausmachen ja aber ich höre ich in game nicht ich höre den frank nicht ich höre niemanden ich höre alle ja 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 bei dir geht es wieder nicht ich höre keinen ich geh nochmal raus willkommen zurück ich habe etwas für dich vorbereitet gib uns ein zeichen so spiel 0 9 1 hallo hört ihr mich jetzt jajaja ok ja alles klar ich mute auch äh so ne frank wir haben ne frank schnell schnell wir haben gesagt dass wir die ähm dass wir äh nur die mikrofone muten in teamspeak und den sound anlassen dass falls einer ein problem hat kann er das mikro einschalten dann hören das alle anderen so was ist das für ein geräusch ich habe beides ausgehabt so ich bin auch bereit gegangen ok right ok 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 die hat gerade einmal kurz eingeschaltet aber ich weiß nicht wie lange sie bleibt Sonst lädt das doch ewig Wir müssen Räucherstäbchen, ein Foto und Kruzifix Der ist extrem laut Der geht nur auf alleine Leute und heißt Betty Williams Ingo kannst du dein Mikro etwas leiser machen? Ja, aber dann ist dieses Weg wieder so falsch Du kannst doch einfach auf Escape gehen unter Optionen und nicht den Reiser machen Ah, geil, sprech nochmal Hallo, ich mag Schildkröten, ich mag Meeresschildkröten Gut, ich hab mir jetzt auf 30 Das funktioniert glaube ich nur beim globalen Chat übers Foto Nee, ist bei mir leiser Nö, ist bei mir auch leiser geworden Ich hab mir jetzt auf 30% So, ich nehm die Box, die Flüsterbox nehm ich auf keinen Fall mit Weil ich versteh wieder nix und dann schimpft jeder Ich hab die V1S und nen Bewegungsmelder Ich mach erstmal ne Kamera aufs Stativ drauf hier Ich nehm das, die kommen Schlampp mit Hallo, hört ihr mich? Ja, geil, alter, geil Jetzt muss ich doch die Flüsterbox mitnehmen oder was? Ich nehm mich jetzt wieder in die Hand Eie Hältst du wie ein Profi Mute mal den Sound von TS, das piepst Habt ihr eine Kamera dabei? Ja Danke, Niki Der Niki guckt zu Weil der sich nicht traut, das zu spielen oder was? Stell dir hier hinten mal ne Kamera hin Wir müssen doch erstmal den Raum finden, oder? Wo der ist Wie werf ich nochmal was hin? Ah, jetzt hat er nen Penis gemacht Weil, ähm Weil es jetzt besser ist, Niki, oder? Ich musste den Sound doch muten, weil es hat die ganze Zeit gepiept, ein TS Egal Jetzt müsste es gehen Also Niki, du hörst alles, ne? Du hörst mich und du hörst die Leute Ich hab den Stromkasten gefunden, der ist, äh, oben Ich dachte mal, der war ne selbst Ist der oben? Ist der oben, wird man dich loben Ich mach schonmal überall das Licht an Äh, klar, mach mal Licht an Spielen wir jetzt auf leicht oder mittel? Ich weiß Anfänge, anfänge Äh, fünf Minuten Oh, du hast den Schatten hier geschmissen Frank, das bist du doch, oder? Vor mir Ja Ah, du misst die Temperatur, okay Ich hab übrigens den Bewegungsmelder an die Treppe gemacht Ja Ich glaub, der Raum ist so klein, das Haus, wir können auch normal sprechen, oder? Hört ihr mich noch? Ja, ich hör dich ja Durch die Wände Ja, das geht ja ganz bisschen Das klingt immer so, als wär im nächsten Zimmer Huch Oh, oh, Licht aus Kalt, kalt Ja, der Ding ist noch direkt hier Ich hab gefriert Temperaturen Wo bist du? Oben? Beim, beim Kasten Beim Sicherungskasten Ja, der hat ja auch gerade nicht ausgemacht Ja, der ist ausgemacht Ja, der ist ausgemacht Äh, haben wir, haben wir einen Thermometer? Ich hab Thermometer Ja, komm mal her Dann hier oben Beim Sicherungskasten Hier ist ganz kalt, hier ist kalte Luft Hier, äh, kalte Atmen, Atem Oder wie man das hier weiß Ja, kalte Atmen Kälte Atmen Hier, hier in Exxon Hier ist übrigens die Schoffel, ne? Okay, ach Äh, hier ist ein Minusgrade Ach, der Ralf spielt die, spielt den Typen Das hat mich jetzt verwirrt Okay, aber keine Abdrücke Ist, ist Minus, Minusgrade Ich mach mal, ich mach mal die Box an, ne? Ui, Minusgrade, das, dann, äh Ich stell hier auch schon mal das Buch hin So Wie heißt der Geist nochmal? Bessi Hier ist die noch Bessi irgendwas Betty White Wieso soll ich den nicht ansprechen? Ja, wenn du den Namen sagst, dann macht er doch danach nichts Dann ist er doch nur noch Piss Stand das in der Beschreibung? Es ist auf jeden Fall so, wenn du Ich hab hier IMF2, ich hab IMF2 Dann lass ich das Ding raus IMF2 Dann lass ich das Ding raus Das Ding ist, wenn du den Namen sagst Reagiert er zehn Sekunden auf gar nichts mehr Ja, okay, das geht aber hier rüber in den Raum Also nicht den Namen sagen und dann eine Frage stellen Das ist nämlich Quatsch Ey, ich kann auch ohne den Namen zu sagen Einfach was fragen Ja, ja, das ist entweder ohne Also hier drin hatte ich eben IMF2 Mach ein Geräusch Mach ein Geräusch Ich hab grad, der Geld wird dann alleine Ja, der ist stimmt, wir müssen alle raus Geht mal alle raus Ja, warte, ich lass dir den Vorderapparat hier Äh Ah, warte, dann lass ich die Taschenlampe hier Hier Ja, warte, ich hab noch gerne Ja, ich hab schon geguckt Nein Okay Hallo, zeig dich Mach mal die Tür zu Hallo, zeig dich Hörst du mich? Hörst du mich? Sprich mit mir Werf etwas um Werf etwas um Mach ein Geräusch Habt ihr Videokamera oben? Mach ein Geräusch Ne Ich wohl mal Wenn ihr könnt Wo bist du? Wer bist du? Oh, oh, es flackert Bist du freundlich? Hat der ins Buch geschrieben? Willst du? Ne, er hat nichts ins Buch geschrieben Achso Nein, er hat nichts ins Buch geschrieben Und die Flüsterbox ist leise Aber es ist saukalt Aber vielleicht musst du erst mal Ein bisschen getriggert werden Weil es Zieh dir doch eine Jacke Sprich mit mir Sprich mit mir Soll ich mal Wie heißt er nochmal? Betty White Melde dich Ah, siehst du da, siehst du da, siehst du da Ja, ich wollte den Zack, Foto, ich hab Foto, ich hab Foto Weg, weg, weg Mach die Tür auf Ziehen Mach die Tür auf Ziehen Ziehen Also Türen nach innen aufmachen Ist für mich einfach die Hölle Was ist das denn dein Scheiß, Mann? Wo muss man die denn nach innen aufmachen? Also sie spricht nicht in die Box Aber sie ist sauer Ach, das ist ja so eine Roma, Mann Die kenn ich schon Ich hab ein Foto gemacht Ein richtig gutes Schon mal weiter Stäbchen Das Foto war perfekt Ich hab jetzt mal eine Kamera platziert Könnte aus dem Van gucken Ob es geiler hat gezählt Ja, ich geh mal Ich geh mal in den Van, ne? Es flackert Oder? Nein Ja, wir müssen nochmal zurück Ich hab Bräucherstäbchen Wer kommt mit? Der Frank ist noch oben Ich geh mal in den Van Ich bin tot Ich bin tot Wie, du bist tot? Bist du wirklich tot? Noch nicht, noch nicht Aber ich glaub Dann komm her, Frank Komm schnell her Komm schnell her Komm schnell her Oh, au, oh Stufe 10 Der flippt gerade aus, der Geist Jetzt ist es vorbei Irgendwas für ein Gadget haben wir denn noch nicht Brauchen wir Pillen? Braucht jemand Pillen? Nee Ja, wenn dann der Frank ist Der hat 73 Nimm die mal Guck mal, ob geräuchert wurde Wie? Wie soll ich gucken? Achso, ruhig aufgehakt Ja, wurde abgehakt Große Fakes bräuchten wir, haben wir nicht Könnt ihr das Licht mal ausmachen? Ich kann nicht gucken Was denn? Die hat dem Ingo vor die Tür an die Bände geschmissen Alter Die dumme Sau, ey Ich hab gerade einen Puls, du Aber der Ingo ist bei 100% Alter Ja, aber das Licht ist an, deshalb sehen wir nichts Oh, jetzt hat sie es ausgemacht Nein, du kannst doch hier an und aus machen Achso Ja, Nachtsicht Oh, hab ich einen Puls, du Ja, müssen wir jetzt noch was machen, oder? Nach Worms gucken Wir haben Gefriertemperaturen, haben wir Ah, Geister, Geisterkugeln können wir noch Also Wo sind denn die Kameras? Man müsste im Raum mal das Licht ausmachen Ja, ist eine Kamera dort Hatten wir irgendeinen F5? Ja, hat mir irgendeinen F5 Nein, das Ding war ja, im F-Reader war ja hier drin Ja, Fun Fact, ich wollte ja das Licht ausmachen und dann schreit die mir ins Ohr Dann macht die hier, macht die hier den da Achso Aber echt so, echt so genau hier, weißt du so So Frank, hast du die Pillen mitgenommen? Ist so erschreckt Nein Ja, okay, aber man sehen keine Geisterorps Es gibt Geisterorps Es gibt Geisterorps Es gibt Geisterorps Ja, jetzt ist doch hier schon vorbei, wir sind doch durch, oder? Achso Ne, wir brauchen doch noch einen Hinweis Eine Mehrheit, eine erhöhte Schraubung Ne, wenn wir im F5 haben, dann haben wir es Achso, haben wir im F5 Ich weiß es nicht Ja, wir können übrigens normal reden Alles, aber haben wir doch noch nicht alles Geisterbox war nicht, gell? Nein Ja, aber vielleicht wird der jetzt jetzt getriggert, ey Ich gehe nochmal mit der Geisterbox rein Ich bin drin Ich sprech mal mit ihm Ich bin die Verstärkung Sprich mit mir Hallo, hörst du mich? Hast du uns hier im Hüftigen mit? Hallo, hörst du mich? Nein, ich hab Ich hab nur die Box dabei Ich hab die Flüsterbox Geist, hörst du mich? Ich hab das Alte Oma, sprich mit mir Wo habt ihr denn meinen Bewegungsmelder hingemacht? Alte Oma Ja, den hab ich im Raum angebracht Ja, ja, ich seh's grad Alte Oma, sprich mit mir Hey Oma Er wurde getriggert, er wurde getriggert Oma, hörst du mich? Im Raum Oma, hörst du mich? Ist das der Ralf, der kommt gerade Bist du lieb? Geh, geh, geh Bist du böse? Oma, bist du böse? Oma Ich muss fragen Oma, bist du mir böse? Oma, bist du mir böse? Oma? Oma Ja, lass ihn da Der kriegt ihn auf Ja, okay Ja, okay Ah, ich hab's weggeholen Ich lass dich mal allein, Ralf Ja? Ich mach auch mal das Licht aus Doch, lass ihn mal allein Mach die Tür noch zu Was sollen wir das dann bringen? Ja, dann, ähm Kannst du sagen, wenn du tot bist, ob IMF Ah, nee, kannst uns ja eigentlich sagen Nee, gib IMF einfach mal durch Ja, aber ich seh's auf der Kamera Einfach, kurz bevor du freist Muss einfach sagen IMF 5 Und dann haben wir Oh, schick Drei Drei? Wir haben drei Weiß ich nicht Äh, wenn du raus willst, Ralf Schrei einfach Ich hau die Tür dann auf, ne? Oma? Oma, hörst du mich? Oma, wo? Ruf dir die ganze Zeit den Namen, oder was? Oma? Warte, warte Es passiert was Ja, hinter dir ist Radio Oh shit Oh shit Das war ich aber nicht Das ist passiert Ralf Ja, ja Bist du tot? Nein Und Oma? Äh, gemacht Ja, die hat so gefraucht so Oma, sag was Aber es war noch IMF frei Oma, bist du noch da? Das hat die bei mir auch gemacht Vielleicht weggerannt Oma, bist du noch da? Oma? Bist du lieb? Bist du böse? Wie heißt die noch mal? Betty Ingo Sag mal Ingo Sag mal Wie heißt die? Wie heißt die auch mal Ja Betty Williams Ich geh jetzt mal Ich geh jetzt rein und sag Betty Williams Betty Williams Sprech mit mir Warte, dann nimm du den DMF Betty Williams Schmeiß die Box einfach hin Wenn die was sagen, dann hören sie es schon Okay Ja, ich mach dir alles Danke Nimm die DMF, genau Alles klar, ich bin drin Mach die Tür zu Betty Williams Betty Williams Hörst du mich? Licht auch ausmachen Vielleicht mal Ach, man kann ja da oben durchgucken Betty Williams Hörst du mich? Ingo, gib mal durch Wenn Aktivitäten sind Ist 0 Und Deine Sanity ist bei 75 Danke Betty Williams Hörst du mich? Aber ich muss auch pinkeln Betty Williams Ah, nee Man darf den Namen nicht sagen Dann sagt er ja nichts Ich sag mal Ich probier mal gleich was anderes Oh, ich hab einen Abdruck Ich hab einen Fußabdruck, Leute Fußabdruck Im Salz Das zählt aber nicht als Beweis, oder? Es passiert gar nichts im Moment Das ist ein kleines Der Bewegungsmelder ist gerade angekündigt Hier, hier Ja, ich Ja, aber die ist noch ausgelaufen Ja, die ist noch ausgelaufen Ach so Oh, man Ja, wir haben einen Fußabdruck Aber Was Sprich Bist du da? Bist du da? Bist du da? Jetzt sind wieder alle da Deshalb kommt die nicht Ich gehe, ich gehe Zeig dich Also Gespenst hat giftige Reaktionen zu Salz Das ist aber uninteressant Und Hörst du mich? Ein Gespenst berührt nie den Boden Wodurch er nicht durch Fußabdrücke gefunden werden kann Das ist das einzige Mal Dass das Wort Fußabdrücke Erwähnung findet Hörst du mich? Ich glaube Das Salz ist halt auch nur eine Hilfe Damit du weißt Bo der Geist ist Hörst du mich? Hörst du mich? Es kann natürlich gut sein Dass die jetzt relativ lange nichts macht Hörst du mich? Weil der Raum ja ausgeräuchert wurde Und es gibt einen Wenn du den Seinen Raum ausgeräuchert Macht er nichts mehr Lange Zeit Hörst du mich? Kann ich sein, dass es der ist Er kommt gerade an Er kommt an Weil ich habe hier auch Ewigen drei Tage lang Keine Aktivität Gehen lass uns Einbraten Hörst du mich? Der Jurei ist es Der Jurei ist Der Geisterbuch Was? Geisterbuch? Ja Jurei hat als Beweis Geisterbuch Ja wir haben kein Geisterbuch Dann haben wir noch Wir haben Geisterkugeln Geisterbox haben wir auch nicht Und sonst haben wir Fingerabdrücken Nee das haben wir auch nicht Äh sonst hätten wir hier im F-Level 5 Ach das Foto Genau ja das Phantom hat nämlich Schwäche Foto Das verschwindet dann temporär Also haben wir sie Also haben wir sie wegfotografiert Möglich Ein Fan verstehe ich Hallo Zeig dich Aber Gespenst haben wir ausgeschlossen oder? Ja es kann ja nur ein Phantom Ein Meer Oder ein Jurei sein Zeig dich Oh ich habe Ausschlag 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 Sie hat was ins Buch geschrieben Jawohl Geil dann ist es der Ja komm her Sie hat geschrieben Can't run Der ist ein Jura Er hat so lange nichts gemacht Weil wir den Raum aufbauen haben Die alte Frau kann nicht rennen? Ja eben sie will damit sagen Sie kann nicht rennen Das haben wir ja ganz am Anfang gesehen Als ihr vor der Wecke rannt seid Ich nehme das Buch mal mit Wo kommt es hinter dir? Das kann man noch mal aufbauen Das kann man noch aufbauen Das kann man noch aufbauen Das kann man noch aufbauen Hast dich selber im Spiegel gesehen Wir haben doch schon ein Foto Ja aber von dem Buch Und müssen ja noch eins machen Von dem Buch Ach vorher stimmt Es gibt Geld Hä wir haben das ganze Buch dabei Alles fotografieren So ich mache ein Foto wie ihr ein Foto macht Guckt mich mal alle an Guckt mal alle her Und jetzt lächeln Was ist das ein Selfie? Hallo Oh Mann wie es hängt Weil alle Fotos machen So wir fertig jetzt Tragen wir ein hier Alles leer geballert Aber sieh mal die Fotos Ganz oft den Himmel fotografiert Also Geisterkugel Gefriertemperatur und Buch Aber ich habe noch nie so ein gutes Geisterfoto gesehen Jure hey Also Was was Gefriertemperaturen Geisterbuch Kugel und Buch Und es ist ein Juri Russische Oma Ja ist so ein Russe Russische Oma Ja mach Ja geil alter Jetzt steht da Oh Sammeln jetzt noch raus Steht da Revenant Welcome back I've got some jobs ready for you Ja geht doch Knochen gab es leider nicht 50 Dollar Die Aufgabe nicht geduld ist aber egal Krass Dick XP bekommen Wer macht denn eigentlich immer nur drei Kraschmampen da rein? Ich habe nur drei Ich habe nur drei Kann ich auch was kaufen? Oh nicht daran Hallo Hallo Wer ist denn das? Der Frank der stellt sich direkt vor dem Bildschirm Hau mal ab du Ich mach wieder Limbo hier Tatada Achso stimmt man kann es ja von hier aus aktivieren Also Stativ Also Stativ Warte mal Videokamera Haben jeweils nur eins Mach ich eins noch dazu Wollen wir nochmal die Schule machen? Oh die ist so groß Ja wir haben doch jetzt bessere und mehr Gadgets Ja keine Ahnung Diese normalen Häuser Die sind halt ultra winzig Ja wie ihr wollt Lasst die Schule machen Vielleicht ist es dann ein bisschen gruseliger Ja ist es ja meistens auch Ja weil du drauf gehst Haben wir einen Kruzifix mit? Nee ich Kauf mal einen Ich kaufe eins Ich kaufe Ich will den tragen Du kaufst Kann ich nicht kaufen Haha Aber ich kann eins kaufen wenn ich es finde Doch ich kann einen kaufen Ich kaufe ich kaufe So Und bereit Code Oh jetzt wird es singen während ihr Ladezeit kommt Noch gar keine Ladezeit da Trinkt schnell Das kommt doch immer in dauer schleife Ja, das ist immer der letzte Satz. So, mach Start. Was machst du, wenn ich jetzt den hier mach? Wen? Das hört ihr ja gar nicht. Ich hör was. Ach so, TeamSpeak meinst du? TeamSpeak vorhat's gemacht, aber den hört ihr ja gar nicht. Nee, mussten selber machen. Warum lädt es denn jetzt schon wieder so lang? Eben ging es so schnell. Der Frank läuft die ganze Zeit auf der Stelle bei mir. Ja, der Ball, der macht auch ganz komische Sachen bei mir. Geisterball. Geisterball, ja. Aber ich kann auch rumlaufen. Ja. Könnt ihr auch noch rumlaufen? Ja. Guck. Ah. Du meinst, wir müssen jetzt zusammenkommen nur, weil wir beide schwarz sind? Schickle Bugs. Frank fehlt noch. Schoch mal mit VR da hier schreiben kann. Wahrscheinlich nicht. Nee, man kann die Stifte ja nicht anfassen. Ui! Da, da kommt was. Foto von der Geist. Dreckiges Wasser im Waschbecken fotografieren. Belegungssensor, haben wir das dabei? Und der Geist heißt Sandra Clark. So, was haben wir denn hier alles? Das ist das rote hier, der Bewegungssensor. Äh, ja, 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 genau, ja, wo du grad drauf guckst, ja. Ja, ich nehm's mal mit. Nee, ich hab auch einen dabei. Äh, noch irgendwas? Ich will das Kruzifix mitnehmen. Mach doch. Wo ist es denn? Dann nehm ich noch Kamera mit. Hey, da links. Wo? Hier, linkes Regal, da. Die Zeit läuft jetzt. Ich hab keine Taschenlampe mitgenommen. Du bist ein Noob. Ich fand das egal. Ah, einmal die Beton? Ja, leuchtet. Ich hab Hochthermometer. Ich glaub Infrarot, Bewegungsschitloving. Ich hab das Gefühl, die Performance geht von dir voll ohne. Ich hab das Gefühl, die Performance geht von dir voll ohne. Ich bin bereit. Jawohl. Kann man, kann man dann einsammeln, wenn man's braucht. Ja, ich seh hier nix, gell. Muss vorhin gehen. Und dann holst du nicht. Ich hab das Gefühl, die Performance geht von dir voll ohne. Hört ihr mich noch, Leute? Ich will ja nur, dass ich euch höre. Ich will nur wissen, dass ich nicht allein bin. Oh, hat das Licht ausgemacht? Ja. Ja. Warte. Oh, manchmal lenken ist auch wirklich komisch. Ah ja, sie tun... Ja, wir müssen mal den Stromkasten suchen, bei mir ist der nämlich nicht. Ja. Mich will das nicht sogar sehen. Ja. Ja, das ist wohl nicht so. Ja. Das ist wohl auch nicht so. Ja. Nein, das ist einmal so. Achtung, das ist nicht so, dass die andere kriegen. Das ist nicht so. Ich will jetzt mal... Unden und ich will ja auch die anderen Gesuyte... Abwärmung. Drei was? Ich will ja auch nicht so. Ich will ja gar nicht so, dass die anderen kriegen. Hat mir jemand von euch schwer, oder? Ja, ja, ich war das. Ah, ich bin jetzt auch in der Turnhalle. Hier ist gar nichts, Mann. Oh, Telefon. Ich höre ein Telefon. Also, die reagiert auf Personen, die alleine sind. Und bei jemandem ist Ausschlag 5. Das war wahrscheinlich das Telefon. Ich habe ein Telefon gehört. Ja, ja. Ich gehe gerade zum Telefon. Äh, wo bist du denn oben? Bei der Turnhalle bin ich. 200. Vielleicht bin du oben. Hat einer schon den Sicherungskasten gefunden? Nope. Der muss irgendwo unter der Treppe wahrscheinlich wieder sein. Nee, der ist nicht unter den Treppen. Ich habe schon ein, zwei Aufhänger. Wie viele Aufhänger gibt es? Ja, Alter, kann ich ja auch nicht. Ich darf ich ja auch nicht weiter. Hier hinten war irgendwo das Telefon. Warum tun die sowas? Sollen wir schon mal ein Bewegungsmelder irgendwo platzieren? Nee. Ich glaube, das ist nicht nötig. Hier haben wir 5 Grad, 4 Grad. Hier, 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 hier. Wo ist hier? Hier, hier, hier. Durch die Turnhalle. Durch die Turnhalle durch und dann links. Ich stelle mich mal in den Flur, dann könnt ihr mich sehen. Ich bin echt von ganz oben. Ich bin beim Basketball. Da bist du richtig. Hallo Ralf. Hier hinten. Wir machen uns nur unseren eigenen Horror. Ja, die steht im Haupteingang. Die brauchen wir. Wir brauchen auch den IMF, die da. Alter, hör mir doch auf. Der Ingo ist oben. Der Ingo ist oben. Der ist oben. Der ist fackt nicht voll ab, grad. Äh, was noch? Der ewige Suche nach den Bienen. Das hat schon was reingeschrieben. Das hat schon was reingeschrieben. Ei, der war aber falsch. Ja, dann sind wir doch schon richtig hier. Ja. Die Ingo wird nur gern Strom anmachen. Ingo, hörst du mich? Scheinbar nicht mehr. Haben wir Fotoapparat und so. Da wird sich vor mir erstmal neu hinlacht. Also ich kann jetzt ein Stativ tragen aus dem Flur. Äh, lasst du mich jetzt allein hier? Äh, naja, ich muss halt zurück hier. Ja, ich hole das Stativ. Ja, dann los. Ich warte hier. Ja, okay, halt die Stellung. So. Hast du das gefunden, Ingo? Ingo, hier sind wir. Boah, das wäre doch cool. Das wäre cool, wenn es so einen Geist gäbe, der aussieht wie ein Spieler. Und mitläuft. Aber nicht antwortet. Meinst du den Mimic? Aber es wäre auch irgendwie nicht gruselig. Was fehlt denn jetzt genau? Also ich habe eine Videokamera, die trage ich jetzt da hin. Okay. Okay. War eben F3 da schon auf dem Stab? Mhm. In dem Raum. In dem Raum nicht. Ja, dann kam da auch in den Look Fotokameras. Was? Was? Ey, dieser Stromkasten ist noch irgendwo oben im Puff. Hast du ihn gefunden? Hast du ihn gefunden, Ingo? Den Stromkasten, ich habe auf der Map nachgeguckt, wo der ist. Oh. Der ist denn da oben gerade. Ich bin oben. Ich werde nicht sagen, aber da fliegen Bücher rum. Also zum Stromkasten zu kommen, müsstest du einmal komplett um die Halle rum. Ich bin doch da. Alter, dieser Raum, der macht mir Angst. Ich gehe da weg. Ralf, ich bin über dir. Ja, warte, der oben muss einfach einmal komplett durch den Flur. Ein Beicherstabend vorbei. Siehst du mich auf der Karte? Siehst du mich auf der Karte, Ingo? Ja, deswegen sage ich... Bin ich richtig? Ja, rechts. Und dann? Geradeaus. Immer geradeaus, bis zum Ende des Flurs. Äh, Frank, links. Was? Ach, der ist dann irgendwann irgendwo nicht auf dem Autoraum drin, weißt du da? Ja, da hat er nicht die Kamera. Wahrscheinlich irgendein Klassenzimmer oder sowas. Haben wir das nicht die Fotografie im Fronten, ja? So, und jetzt? Weiter, weiter. Bis ans Ende. Ist ja der Scheiß. Wahrscheinlich ist er der einzige Raum, wo ich nicht drin war. Der läuft so schnell. Ja, aber ich habe keine Kamera mit. Jetzt rechts. Bewegungsmelder ist angegangen. Und jetzt nochmal rechts. Genau da drin ist er. Dann nochmal rechts. Da ist er. Strom ist wieder da, Leute. Nice. Alter, wir haben einfach 16 Kameras. Ist doch eine Schule. Wahrscheinlich in den USA. Oh, ist das hell. Oh, ist das hell. Hier, Telefon. Telefon. Okay. Hallo. Du glissst durch die... Hallo. Zeig dich. Ey, so krass im Stream, da sieht man einfach nichts. Es ist einfach nochmal viel dunkler. Hallo. Es gibt aber auch scheinbar keine Geister-Obs, ne? Echt? Hallo. Ich guck gerade durch die Camps und ich konnte halt keinen Salz mitnehmen, weil der Ingo, der bleibt ja ab einem gewissen Punkt immer im Truck, weißt du? Hallo. Hallo? Nein, ich bin nicht der Sinne, sondern unter dir. Oder auch der Geruch, ich bin. Oder auch der Geruch. Nee, ich glaube, ich löse den aus. Hallo? Hallo? Nicht der sind, sonst war hinter dir. Hello? Dann willst du aber nicht immer aus. Hello? Komisch. Hello? Ne, kleine Geister aus. Hello? Was ist das denn? Was sagt denn hier mal Hello? Hello? Wer ist das denn? Aber die Anwesenheit des Geistes mit Bewegungssensor feststellen ist schon durch. Hello? Ah, cool. Seid ihr noch unten? Wir sind noch in dem Raum, ja. Da ist er doch. Hast du immer Hello gesagt? Ja. Ja. Okay. Ich wollte durch Angst machen. Guck mal nach Finger abdrücken. Hab ich schon, alles abgesucht. Ja, aber manchmal kommt es auch nachträglich. Nix. Nix. Kein Abglück. Ich bin auf jeden Fall ziemlich sicher, dass dieses Buch was hier ist. Oder lag das schon da? Nein, das ist dann immer geradeaus. Der letzte Raum auf der rechten Seite. Ich meine das ist geflogen. History of German. Hallo Herr Geist. Hallo Herr Geist. Leave or die. Ihr könnt doch auch lesen. Leave, leave or or die die. Die Bart, die. Wie man 40 Menschen kocht. Wie man für 40 Menschen kocht. Es ist so dunkel. Gibt es hier keinen Lichtschalter? Ich habe jetzt Salz mitgenommen, gell? Und den EMF-Reader. Ah, die hat das Licht wieder ausgemacht. Oh, das gibt es doch nicht. Andere Frage. Warum ist das ein Geier? Ist das Licht aus? Ja, aber das ist ein Zeichen, dass wenigstens was passiert ist. Hat einer den, den... Ich weiß noch, dass es flackert. Wer hat denn den EMF-Reader? Den Engel. Ich... Und ich komme gerade. Aber der Strom ist wieder aus, ne? Ja, ja, ist egal. Komm. Ist doch egal. Nee, ich meine... Egal. Wo haben wir denn die starken Taschenlandung? Da fehlt der Button. Ich geh mal mit dem Kruzifrix rein. Weiche! Wo soll ich das Salz denn streuen? Weiche! Eingangsbereich hier, der Frank meinte, dass die Tür von alleine aufgegangen ist. Toll sieht man nicht. So, zufrieden. Weiche! Vielleicht nochmal irgendwo im Raum. Weiche, so in der Mitte oder so. Muss der allein sein, oder? Ja. Ah, dann geh ich mal raus. Zu Kontakt auf jeden Fall schon. Dann gehen wir mal alle raus, hm? Ja. Angreifen tun sie ja manchmal auch trotzdem so. Wie sie wollen. Ja denn, Ingo, geh mal mit dem EMF-Reader rein. Oder gib mir den. Braust halt aber auch noch ein Foto eventuell. Ja, dann lass ich die Taschenlampe auch noch hier. Hast du schon drinnen geguckt an dem Fenster? Ich weiß gar nicht, was für ein Gadget ich in der Hand habe. Ingo, was hab ich denn da an? Wie heißt der Geist nochmal? 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 Was hab ich jetzt da an? Wie heißt der Geist voll? Ja. Ja. Ja, dann hat und dann ist fünf. War es jetzt voll oder irgendwie mit fünf? Rot. Rot ist fünf. Revenant Shades oder Oni? Dann lass ich mich einfach nochmal reingehen. Hallo. Hallo. Es ist löckern, es löckern. Ne, es ist nur vier. Nur vier Lämpchen. Foto machen. Foto machen. Foto machen. Au! Ah! Ah! Er hat mich! Er hat mich Leute! Fuuuuck! Oh shit. Ich hab mich eben kurz gesehen. Hast du die Kamera? Irgendjemand muss mir die Tür aufmachen. Ich komm nicht mehr rein. Ja, jetzt musst du wieder reinkommen. Ich kann nicht rein. Die Tür geht nicht auf. Ziehen! Oh fuck. Danke. Was ist denn da? Der ist noch hier. Der ist noch hier gewesen. Ich hab ein Foto gemacht. Ich weiß nicht, ob es zählt. Ist er drauf? Ja, das ist doch der Schatten. Ach so. Ja, hat gezählt. Ja okay, dann können wir gehen, oder? Ja, aber was haben wir denn jetzt? Ich bin direkt hier zum Radar raus, Alter. Ja, aber da kommen wir doch nicht hin. So? Was? Tja, Leute. So kann's gehen. Mich hat er erwischt. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Wir haben einen Bewegungs-Sensor. Aber das zählt sich jetzt nur leise. Nein. Wir haben noch die Erdungleiterbuch. Wir haben noch die Videokamera. Ich würde mal gucken, ob. Die können mich auch übrigens jetzt nicht mehr hören. Geht nicht. Ja, dann machen wir auch den Rücken auf. Ne, ich bin jetzt. Ja, man kann ja auch rücken. Ne. Meinst du, das ist ein Foment. Stich für dich aus, oder was? Hm. Das hab ich nicht gehört. Ja. 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 Der Jaffer wollte es benutzen, aber es geht so ab. Ja, weil er es nicht. Ja, er wollte es nicht haben. Hab ich jetzt mal gefragt. Wollte es nicht haben. So, was haben wir das gerade? Ja, dringiges Wasser. Ja. Ja, es gibt Pferletten. Ja, es gibt Pferletten. Ja, aber... Ja, jetzt. Jetzt haben wir da auch... Press Licht aus. Ja, die haben ihn nicht. Müssen wir ihn sonst raten. Die Rezeperation gab es auch nicht, oder? Ja. Ja, dann muss ich mal. Das ist ein F Halo, der ist los, dass wir uns gelesen haben. Das ist kein Kilo, der ist ohne Kilo. Er wollte nur allein, ich glaub es ist kein Kilo. Aber das ist immer voll aktiv. Er ist ein Kilo, der ist immer noch aktiv. Ja, ja der war aber nur was, als der alleine war. Ja, es fehlen noch Beweise leider. Ja, ohne Kilo, der ist da auch noch. Komm, ratet doch einfach. Abschritte hatten wir nicht, Kugeln hatten wir nicht. Temperaturen hatten wir nicht. Wörter nun, da hinten. Du fachst den Shade ein und dann fach ich los. Dafür. Abfühlen? Ja. Ja. Okay, ich mach hoch. So, die Vermutung ist, dass es ein Shade ist, aber mal sehen. Willkommen zurück, ich habe ein paar Jobs für dich vorbereitet. Oh, doch. Das war richtig. Richtig geraten. Krass, voll viel Geld gemacht. Ich habe euch noch diskutieren gehört. Hast du es auch eingetragen, Yashad? Ja, ja, ich habe Shade eingetragen. Ich habe Kopfkamera freigeschaltet, nice. Ja, das war ganz schön schlimm, als er mich erwischt hat. Das ging auch rucki zucki irgendwie. Wir haben nur dieses Hauchen gehört, dieses... Und warum hast du dann immer geschrien? Habt ihr mich schreien gehört? Ja, du hast erst geschrien, aber dann kam das Hauchen und dann warst du weg. Er hat mich, er hat mich. Also ich bin eigentlich nur rausgegangen, um die Sache einzutragen. Diese geile Ball-Physik. Ich bin rausgegangen, weil du Angst hast. Diese Ball-Physik ist mega. Ich trage das nicht im Haus ein. Ich trage es immer nur draußen ein, damit ich safe bin. Und dann hat der Sack mich ausgeschlossen. So, das Schöne ist, man behält da sein Zeug, ne? Ja. Wenn du überlebst. Nein, das ist mein Zeug auch so. Das sieht so scheiße aus. Das ist ja auch Holzball. Ja, aber auch wie er fliegt. So richtig behindert. Stativ nehme ich noch. Weg vom... Weg! Hallo. Frank, weg da. Stativ... Stativ... UZ-Fix haben wir noch. Haben die ganzen Sensoren? Ach, wähle erst mal in Auftrag aus. Wollen wir nochmal Asylum testen, oder? Nee. Asylum ist pretty gay. Wollen wir mal irgendein anderes Level auf Mittel machen, wenigstens? Guck mal, was gibt's noch auf Mittel? Gibt's irgendwas? Ach, das ist auch. Ja. Ja, ja, Mittel. Mittel, Mittel. Mittelohrentzündung. Ingo, du musst auswählen. Ja, ich guck doch schon. Rücksch da mal. So, ich schüt mir noch was zum Trinken eigentlich. Durchgespielt. Profi. Also... Ah, ihr wollt es doch auch. Ihr wollt es doch auch. Ja, aber ich will nicht so viel Teufel verlieren. Ah ja, dann nimm nicht so viel mit. Mach doch einfach mal Mittel jetzt. Ah ja. Es stirbt doch bei Anfänger schon oft einer, also. Man verliert die Sache noch gar nicht. Ich dachte, wenn man stirbt... Ja doch, wenn man stirbt, verliert man seinen Scheiß, den man mitgenommen hat. Was ist denn der Schwierigkeitsgrad über Anfänger? Der Fortgeschritten, der jetzt eingestellt ist. Und dann kommt Mittel. Das ist Mittel. Nein, es gab einen, da stand wirklich Mittel. Ich habe hier keinen mit Mittel. Ich habe Anfänger, Mittel und Anfänger, Fortgeschritten und Profi. Ja, okay, dann wird es Fortgeschritten sein. Da hast du so zwei Minuten, glaube ich. Ja, aber die müssen doch dann noch heftiger sein, oder? Ich fange einfach früher an, es zu eskalieren. Sonst wäre es ja witzlos. So, ich bin auch bereit. Ich gehe mal pissen. Ich gehe erst mal pinkeln, Alter. Aber ich drücke Feuer auf Start. Bis gleich. Bis gleich. Hier ist derzeit eine Waffel. Das ist gut. Das ist gut. Lecker. Oh. Da stand als Tipp, Rennen ist nicht immer die beste Option. Was meint ihr denn damit? Was ist denn, ich ruf den doch mal an. Ansonst, äh, jagen die dicht, glaube ich. Doch, mein Crucifix ist noch da. Oder habt ihr ein neues gekauft? Nein, ich glaube, wenn alle sterben, wäre das Zeug weg, oder? Sonst wäre es ja witzlos, dann immer neues kaufen zu müssen. Sag ich so oft witzlos, soll ich mir abgesehen. Woher hast du das? Ich weiß nicht. Hab ich mich selbst angeeilt. Sicher? So, ich nehm diesmal irgendein App mit. Also, ein Sensor nehme ich noch mit. So, was haben wir hier? Okay, I believe, get on the desk for you. Zeuge eines Geist-Events und... Bereich reinigen, okay. Oh, wer frisst denn da als... Sorry. Die, die, die Susan, die Susan Schmidt. Nein, Schmidt. Susan Schmidt. Oh, schon wieder alleine. Muss alleine sein. So, was geht los da rein? Ich trau mich nicht. Irgendjemand ist noch? Hallo? Hört ihr mich? Wollen wir dann, oder? Ja. Will jemand schon mal ein Stativ mit? Nee. Ja, wir brauchen die anderen Sachen hier. EMF und Thermometer. Thermometer hab ich. Okay, äh... Versicherung ist im Haupt eingemassen. Hört ihr mich? Das ist ja auch noch ein Schwernerhaus. Hallo, hört ihr mich? Ah! Vorhin noch mitnehmen. Kannst gerne schon mal ein Stativ mit... Einfach nur platzieren, dann kannst du in ein anderes Gadget holen. Wenn man den Namen sagt, dann wird die böse, ne? Will do. Wie ganz böse, ja. Also, die Susanne Schmidt auf Deutsch gesagt. Schmidi... Jo... Schmidt. Ui! Wo? 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 Ist das denn noch hinten? Ich bin weitergerausten. Hinne, ja, hinne. Der ist noch hinne hier. Komm mit, komm mit irgendwo, komm. Komm. Ich hab korrektes Stativ dabei. Alter! Oh Gott! Er war schon da, Mann. Er war schon da. Der Raum. Ist immer noch da. Mal ein Foto. Die sinkt. Die ist weg. Jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg. Stell die Scheiße auf. Mach hier... Es ist nett kalt, ne? Also... 14 Grad, gemütlich. Ja. Muss nicht kalt sein. Ja, aber das kann nicht sein. Das Waschbecken hat 11 Grad. Und hat so... Ah! Ah! Wo? Draußen? Im Flur, im Flur. Wo, wo? Oh shit. Fuck. Die ist hier im Flur lang gelaufen, Mann. Alter, äh... 4. Ne, mehr 4. Warte mal, warte mal. Vielleicht haben wir uns geehrt. Wir haben hohe Aktivität auf jeden Fall. Wir haben hohe Aktivität auf jeden Fall. Ich hab... Ich hab auf jeden Fall... Ich hab auf jeden Fall das Kruz gefixt. Mach die scheiß Kamera an! Gieß aus! Ah ja... Ich hab damit nichts zu tun. Ich hab's noch mitgenommen. Wo ist denn der Ingo? Ist der tot? Das war wahrscheinlich wieder im Trial. Ingo? Lebst du noch? Ja. Wir haben Geisterorps. Wir haben Geisterorps. Wir haben Geisterorps. Wir haben Geisterorps. Also klar, der Sampte. Ja, ja. Ich hab nur noch ne Taschenlampe dabei. Ja, oh. Ich hab nur noch vier. Ich hab den Knochen gefunden. Knochen. Ja, geil. Foto und eintöten. Aber wie gesagt, wir haben Geisterorps. Wir sind schon richtige Profis. Keine Kamera dabei. Ich hab kein Foto. Ich hab auch keinen. Oh. Eja. Wo ist denn der Ausgang? Äh, hier. Nein. Hier. Ja. Ich hab eure Stäbchen dabei. Nein. Haben wir hier im F5 gerade? Eja. Fünf nicht. Ja, erstmal regroupen oder wie oder was. Oder wo oder wer. Kann ich nicht mitnehmen. Hat jemand die Spirit? Digga, ich hab ein Räucherstäbchen. Ich geh da rein, mach die an. Und dann... Wir haben doch nur ein... Wir haben doch nur ein... Weil das ein optionales Ziel ist. Das können wir jetzt auch zum Schluss machen. Einfach nur einmal kurz durchgehen. Fertig. Das Ding ist, wenn du jetzt Räucherstäbchen machst, dann kommt er nicht mehr. Aber das war kein stationärer Geist. Der läuft rum. Ja. Irgendwann im Flur und in dem Raum drin. Aber es ist nicht unter 10 Grad. Es ist nicht unter 10 Grad. Das ist egal. Es gibt ja verschiedene Arten. Ich hab jetzt eine Kamera dabei. Der Knopf ist hier. Achso. Was ist denn das für ein komisches Ding, das du mir da hingeworfen hast? Das war Licht aus. Das war Lichtsensor, keine Ahnung. Kannst du mitnehmen, kannst auch da lassen. Mega. Also, was ist der Plan? Der war doch hier, dachte ich. Ich habe Saus dabei. Oh, ich habe Stufe 2. Der ist aber auch schon bei Stufe 2 rumgelaufen. Und weg. Aber der ist doch am liebsten alleine, hieß es, ne? Ja, aber wir haben den doch auch mit mehreren Leuten gleichzeitig gesehen. Ja. Ja, hat ganz schön auf die Kacke gehauen. Warte, ich komme nochmal in den Raum. Äh, wenn man den Namen sagt, wird die sauer. Smith. Ich glaube, nee, er hat noch keine Aktivität. Smith. Ich komme mit dem, mit dem Dings rein, Spillbox. Hat hier was ins Buch geschrieben? Ja, ich habe da seine Tasche, aber wir geworfen wollen. Ich komme jetzt raus, ich habe wieder eine Taschenlampe. Ich habe überall seitens wieder... Was ist los, was ist hier? Da ist nichts mehr drin. Na, guck mal hier. Das war meine Taschenlampe. Ja, wenn da nichts drin ist, was soll ich denn da drin? Ja, wir haben auch noch kein Foto, ne? Da ist der Geist, da ist er! Ich habe ihn auf der Kamera gesehen. Ja, schön, schön, dass ihr das gesehen habt, ja. Und Orbs sind da auch. Hey, wir brauchen entweder Gefriertemperaturen, ähm, Geisterbox, Geisterbuch. Geisterboxen. Für Frauen hat gar nix. Bitt. Ja. Ab Lynn. sei. Bitt. Gitt. Bitt. 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 Vielen Dank. Schreib was ins Po. Der Geist heißt Susan Smith. Frank, du bist bei 50%. Okay, geht doch noch. Fast. Ab 30 sollte man... Fast 1. Ja, und zwar länger Ruhe, kann das sein? Ja, schreib was ins Buch. Komm schon. Der Bewegungsmelder schlägt an. Ja, aber wir laufen die ganze Zeit da rum. Aktivität ist bei 0. Ihr müsst mal... Der Geist ist gerne alleine. Trennt euch mal und sagt mal den Namen, dann ist die sauer. Also dann zeigt sie sich. Susan Smith. Wir könnten auch mal auf... 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 Ähm... An den anderen Stock her gucken. Äh, guck mal hier. Hallo? Frank hast du es nicht gesehen? Keine Aktivität. Hallo? Oh, Ingo, Mann, bleib doch mal hier jetzt oder lass deine scheiß Gadgets hier. Es gibt eine Aktivität auf 1. Ah, Foto ist abgehakt übrigens. Foto und Event. Wieder 0 Aktivität. Äh, Ralf, du bist bei 40. Frank, du auch. Wir haben Bruch. Wir haben Bruch. Ja, es fährt immer noch ein Inweis. Orbs haben wir, Buch haben wir. Ja, vielleicht ja noch eins. Frank, du bist bei 33. Je weniger Sanity, ich habe umso öfter Zeit. Aktivität bei 2. Es geht hoch. Salz, vorne. Äh, wir haben Salz. Oh, Aktivität bei 8. Es geht rund, Leute. Ja, der hat gerade Gefahr auch. Ich habe gar nichts gehabt. Es ist immer noch bei 8, Leute. Äh, ich hatte nicht rot gehabt. Ich habe 4. Frank, du bist bei 27. Ja, was soll ich machen? Der Ingo macht doch nichts. Der Ralf macht doch auch nichts. Ich bringe dir die Pillen. Frank, wo bist du? Habt ihr die Flüsterbox? Hier, Frank. Frank, Frank, Frank. Die ist drin, die sind ja die Toilette. Ja, Ralf, Frank, ihr seid beide gleich. Die Flüsterbox, die habe ich in die Toilette reingelegt. Ich glaube, das ist ein bisschen deplatziert. Ja, vielleicht da muss Rufung kommen. Wo bist du? Wie heißt die nochmal? Susan Smith. Susan Smith. Leise, leise. Ah, ich sehe sie. Scheiße, scheiße, scheiße. Was sagt denn das ENF? Ich habe es nicht aus. Ich habe es nicht. Jetzt habe ich es auch. An. Lass es an. Einfach die ganze Zeit. Also, ich habe maximal schon 4. 4? Maximal 4. Also, es hat noch eins gefehlt. Ja, aber 4 geht meistens hoch auf 5. Und da wir keine Gefriertemperaturen haben. Also, es ist noch hier ein bisschen heiß. Komm, ihr Javier, der will doch gerne alleine bleiben, oder? Susan Smith. Und der Stadter, macht er was, wenn ihr zusammen seid? Susan Smith. Ja, ich habe es auch. Ich sage, es ist dein Ju-Rei. Susan Smith. Obwohl der Gefriertemperaturen haben will. Oder ist das ein sehr aggressiver Shade? Ja. Ja, dann können sie. Ja, aber ich will ja nicht sterben. Hallo? Ingo, was ist denn bei Sanity? Hallo? 11. Melde dich. Ja, komm, dann bin ich. Das schaffe ich auch in der Gruppe. Ich nehme mal die Box. Susan Smith. Ja, ich habe eine Tablette genommen. Der war doch auch die ganze Zeit im Truck. Okay. Susan Smith. Voll auf den Crack. Na, guck mal, ich fliefe Huma drücken, die Arme. Äh, geht ihr mal raus, damit ich alleine bin? Also, meins. Susan Smith. Also, wenn es ein Shade ist, weil wir ja keine Gefriertemperaturen haben, dann müsst ihr alleine sein, sonst macht er nichts. Susan Smith. Das kann gar kein Shade sein, der war die ganze Zeit anwesend mit uns drei. Eben, aber ein Jura braucht Gefriertemperaturen. Susan Smith. Wir haben keinen Atem gesehen. Susan Smith. Susan Smith. Ja, es gibt nur die zwei Optionen bei Geister Orb und Geister Buch. Susan Smith. Heißt die wirklich Susan Smith? Ja. Susan Smith. Also, vielleicht... Melde dich. Ein sehr aggressiver Shade. Ja, aber es stimmt doch, Nebo ist nicht überein. Wer bist du? Ja, aber Gefriertemperaturen hätte man halt schon, ey. Wer bist du? Wo bist du? Sprich mit mir. Hallo? Bist du freundlich? Huhu. Sprich mit mir. Sprich mit mir, Susan Smith. Schmitz. Susan Smith. Susan Smith. Susan Smith. Susan. Oh. Ich hab Gefrierat... Ich hab Gefrieratem. Ich hab Gefrieratem. Ja, perfekt. Komm raus, komm raus. Nice. Nice. Dann ist es ein Jura. Oh. Seht ihr's? Seht ihr's? Ich hab perfekt aus dem Truck gelöst. Seht ihr meinen Atem? Ich hab einen Tenity. Ja, ich hab ich. Zwei. Ja, ich seh. Was? Okay, dann raus, 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 raus. Ja, warte, nein, ich will auf Null. Ich will auf Null. Ich muss noch um Null. Null. Ja, okay, ich komme. Null. Ralf, du bist quasi... Du bist wahnsinnig. Ja, ich will meinen... Ich will meine Daily nun. Und dann? Was passiert dann? Wir haben ja alles. Können gehen. Ich krieg dann ein bisschen Geld. Ja, geil. Das war ja mal einfach. Aber wir hatten selten so viel Aktivität, ohne dass jemand gestorben ist. Ja, haben wir gut gemacht. Ja, geil. Bei Null. Hatte ich noch nie. Ach, Räucherstäbchen. Wir können auch Räucherstäbchen nutzen. Ja. Nein, können wir nicht. Warum? Weil die schon geräuchert haben. Achso, ja, dann egal. Wer war das? Ich, als ich sie weggeworfen habe, da habe ich aus Versehen auf beide Knöpfe gedrückt. So, also, was haben wir denn alles hier? Geisterkugel. Gefriertemperatur. Und was noch? Hallo? Äh, Buch. Geisterbuch, Geisterorb und... Okay. Gefriertemperatur. Habe ich eingestellt. Also, juhai. Okay. Hast du auf den Geistertyp eingeschrieben? Ja, schon. Ja. Ja. Den Geistertyp. Ja, na klar. Ich bin doch nicht... Ich bin doch nicht so... Äh, klar. Bis zum nächsten, haue ich das Kruzifix in die Fresse. Ja, hau dich. Sch. 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 Jetzt war es falsch. Welcome back. I've got some jobs ready for you. Oh, 130 Dollar habe ich gekriegt. Krass. Ja, wegen dem Schwierigkeitsgrad. Geil. Gibt doch so, ich bin dann aber auch raus für heute. Level 9. Ich bin auch Level 9. Ach ne, ich... Äh, falsch. Ich bin 6. Ach, ich bin da oben. Hey. Hast du einen Handstand gemacht vor dem Bildschirm, oder? Ja, genau. Nein, sein Kopf dreht sich von alleine. So Exorzisten-mäßig. Ja, das war ja, äh, das war sehr nett. Ja, also die Schwierigkeit, ich hab's Gefühl, es war direkt mehr los deswegen. Ja, dann sollten wir es immer so machen, weil das andere ist ein bisschen öde. Und hier war schon sofort Action. Ging direkt rund. Ja, weil da gibt's diesen Timer nicht. Oder weniger Timer. Ist was passiert. Ja, äh, ja. Ah ja, dann. Komm. Sag ich mal tschüss, ihr lieben Leute. Der ist wieder entmuten. Ja, ich geh auch wieder rein. Hallo. Und das Game verlassen? Ja. Mein Stream ist aus. Okay, dann sag ich auch nochmal tschüss, Leute. Macht's gut. Euer Duplex. Und hier kommt nochmal das Intro. Geht das so?